So, ich hoffe diesmal ist es besser und ich hoffe dieser Scheiß hört eigentlich auf zu rockeln. Aber sonst mach ich heute gar nicht mehr weiter. Ganz echt. Ich werd das Spiel jetzt zu Ende haben. Ich werd mal ne gute Laune da drin noch wieder finden. Und... Ne, ich werd nicht schlechte Laune verfallen. So, jetzt haben wir hier einen Waffen. Oh, wir haben Magnum wieder. Oh, Magnum, Magnum, Magnum ist gut. Magnum ist toll. Magnum laden nach, so. So, Fazer Access. So, Face, Oberfläche, ne? Waren die Türen schon gerade eben auf? Ähm... Och, mein Ohr juckt so komisch. Och, scheiße. Nee. Entschuldigung, wenn ihr das... Geräusche meines Headsets... Äh, äh... Neustart. Bip. Ähm, wenn ihr... Das Knacken meines Headsets hört, das ist mein Headset gewesen. Das denke ich mal habt ihr gehört. Egal. Wir gehen weiter. Oberflächenzugang. Wir wollen zur Oberfläche. Der zur Oberfläche ist Oberfl... ... ... ... ... ... ... ... Hallo? Was? Ich sehe nichts. Ich kann immer noch springen. Hallo? Wo sollen wir springen? In den Hohen zum Zerrallor? Problem könnte gleich hier in uns in den Hohen einhalten sein. Es wird nicht mehr übrig sein. ... ... ... ... ... Die gleiche Szene haben wir doch im Blueshift. Oha. 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 Boah. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, Schrott. Was zum. Scheiße, ich sterbe. Scheiße, ich sterbe. Da will ich rein, da will ich rein, da will ich rein. Wo sind eigentlich meine Waffen? Ja, tschüss. Das war's. Das war... ...Let's Play Half-Life. Gordon Freeman ist tot. So, was mache ich hier? Springe ich auf und ab wie ein Flumio oder was? Das dürfte in meinem Kopf gewesen sein. Oh, jetzt lässt er mich hier raus. Ah, ich denke mal, wir sollen hier hoch. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Hoch, hoch, hoch. Verdammt nochmal. Hoch, hoch. Och. Scheiße, die Wandern. Das war knapp. Wo sind eigentlich meine Waffen? Meine Waffen sind weg. Hey, da hinten ist ja noch... Oh, Brechi. Unser bester Freund. Lässt uns nicht in den Stich. Sehr schön. Wir springen leider runter und verletzen uns doch nicht. Jetzt haben wir auch mal... Oh, Glück gehabt. Kein Sturz schon. Da und dann... Hallo. Nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, verdammt nochmal. Äh, fliegen. Was war das für ein... Das Kapitel habe ich jetzt nicht lesen können. Rückstandsverarbeitung. Rückstand. Menschliche Exkremente. Okay, okay. Get. Bin ich beide auch noch da drinnen. Uuuhh. Ach... Ja. Akkrokrabben. Und ich darf sie so machen. Nix da. Wenn ich die bekämpfe, tritt Murphys Gesetz in Kraft. Okay, da verlieh ich schon wieder mehr als ich will. Do not close. Cutlet with low. Without closing. In Tant. Dings da. Au. Super. Unser... Der harten Einsatz müssen wir hier. uns was brechen und dann hier runter gehen. Und... dann mal hoffen, dass... wir hier auch Wiederheilung finden. Hey, Barney. Wo bist du? Aua. Hallo, schieß mir nicht in den Fuß. Das ist übrigens noch einer. Ja, sauber. Rausgesprungen und gestorben. Ja, damit. Ja, damit. Also, du hast weißt. Wo willst du hin? Ja, das war so nur davon. Jetzt kannst du mir auch deine Waffe geben. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe, verdammt nochmal. Ich brauch sie. Oh, danke. Super. Also, du hast weißt. Haben wir hier. Tod, Müll. Meine undurchdringlichbarer Dings da hier. Oh, hier sind nicht sogar Muni. Wieso kann ich die Muni nicht... Ich habe die Muni schon aufgenommen. Das habe ich gar nicht gehört. Mh, einen muss ich exterminieren. Also, du hast weißt. Was haben wir hier? Nicht fressen. Was sieht denn da noch Gift aus? Ja, auch. Hier können wir nicht runter. Aua. Aua. Da war doch nix. Ja, jetzt... Ich will Selbstmord machen. Hallo. Wir werden dann Selbstmord mit Stil. Aber... Ach, Mann. Ich will Harry Karibin haben, ey. Das ist so scheiße. Warum wurden die mir weggenommen? Wieso kann ich... Hallo, großer Bruch. Stoß, schauen los. Leck mich doch. So, Selbstmord. Tot. Game over. Upsa. Falsche Taste. Wurde. 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 Wurde.